Hallo und herzlich willkommen zu Teil 5 unserer Serie zur Samsung Galaxy Watch 7, wobei alle Tipps und Tricks, die ihr in diesem Video bekommt, grundsätzlich tatsächlich auch für die Uhren der Vorgänger-Generationen, also Watch 4, Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 6 und Watch 6 Classic gelten, denn es sind kaum oder beziehungsweise eigentlich ist sogar kein Tipp nur gültig für Wear OS 5, was ja die anderen Uhren im Gegensatz zur Samsung Galaxy Watch 7 jetzt noch nicht haben, also insofern passt das auch für die Uhren der Vorgänger-Generationen. Wir gucken uns ein paar Tipps und Tricks an, viel Spaß mit dem Video. Das erste Thema dreht sich nochmal darum, wie muss das Display eingestellt sein, beziehungsweise wie muss die Uhr eingestellt sein, wenn ich sie an meinem Handgelenk, vielleicht rechts oder links oder andersrum, wie auch immer trage. Das ist grundsätzlich in der Einrichtung wird das abgefragt, es ist aber ganz wichtig, dass ihr das tatsächlich richtig einstellt, deswegen hier nochmal der Hinweis, unter allgemein müsst ihr reingehen, geht dann ein bisschen runter und seht dann in diesem Bereich den Punkt Ausrichtung und da könnt ihr das Ganze dann auch entsprechend einstellen. Ein rechtes Handgelenk, linkes Handgelenk, wo sitzen die Knöpfe und das ist tatsächlich absolut elementar, denn, und da kommt quasi der Trick her in Anführungsstrichen, das Ganze ist relevant für die EKG-Messungen. Also sprich, wenn eure EKG-Messungen irgendwie unsauber sein sollten oder komisch aussehen und so weiter und so fort, prüft bitte unbedingt, ob ihr das richtig eingestellt habt, damit die Uhr erkennt, wo sie sitzt und somit auch die EKG-Messung sauber durchgeführt werden kann. Je nachdem, wie man die Uhr nutzt, kann es durchaus auch mal Sinn machen, dass man einen Screenshot von dem Display der Uhr macht. Und wie geht das? Eigentlich wirklich super einfach, ihr habt hier auf der rechten Seite die beiden Knöpfe, die drückt ihr gleichzeitig und zwar nur kurz, nicht gedrückt halten logischerweise, dann haben wir eine andere Funktion und schon habt ihr einen Screenshot von eurem Display gemacht. Dann könnt ihr hier einfach in die Galerie-App zum Beispiel gehen, wenn ihr das nicht direkt mit eurem Telefon synchronisiert und guckt euch hier einfach die entsprechenden Bilder an. Gut, ist jetzt wenig spektakulär, weil es logischerweise nur der Screenshot ist, aber vom Grundsatz her könnt ihr das dann da wiederfinden. Kann immer mal ganz hilfreich sein, wenn man irgendwie ein Watchface kopieren will oder was ähnliches. Wenn ihr hier unten auf Telefon hinzufügen geht, dann wird das Ganze auch direkt auf eurem Telefon abgelegt, also von daher auch die Verknüpfung zwischen Uhr und Telefon ist dann relativ zügig gegeben. Insofern, ein Screenshot machen, super einfach, einfach nur beide Knöpfe gleichzeitig drücken und los geht's. So, weiter geht's mit dem nächsten Thema und das ist die individuelle Belegung der Knöpfe und zwar habt ihr die Möglichkeit, einen der beiden Knöpfe, um es ganz konkret zu sagen, den oberen, individuell zu belegen. Und da geht's jetzt vielleicht weniger um Google Wallet, das ist auch eine Möglichkeit, die ihr da drauflegen könnt, wobei Google Wallet könnt ihr auf die untere Taste auch legen. Aber es geht darum, dass ihr eigentlich jede beliebige App auf die obere Taste legen könnt und zwar für das doppelte Drücken. Jetzt bin ich hier ein bisschen zu weit gerutscht. Ihr müsst zweimal oben drauf drücken, normalerweise kommt dann die zuletzt verwendete App, aber ihr könnt halt auch alle individuellen Apps auf eurer Uhr auswählen. Wie zum Beispiel, nehmen wir mal die Galerie, die wir gerade eben hatten und schon öffnet sich, wenn ihr zweimal auf den oberen Knopf drückt, die Galerie. Also von daher individuell einstellbar mit jeder App, die ihr wollt, sofern ihr eine App habt, auf die ihr immer und schnell zugreifen wollt. So, die nächste Geschichte ist der Entwicklermodus und ihr kennt das vielleicht von eurem Android-Smartphone. Da gibt es auch den Entwicklermodus, wo man einige Dinge einstellen kann, die nicht eigentlich oder zumindest grundsätzlich erstmal nicht für den Endanwender gedacht sind, sondern eher für, wie der Name schon sagt, Entwickler. Auch das geht auf der Uhr, also sprich, ihr könnt auf der Uhr auch einmal den Entwicklermodus freischalten. Dazu geht ihr einfach hier unten in die Software-Informationen und geht dann wie beim Telefon auch, bei eurem Android-Telefon, fünfmal auf die Software-Version und schon kriegt ihr die in Info, dass der Entwicklermodus freigeschaltet ist und den findet ihr dann als letzten Menüpunkt in den Einstellungen. Also sprich, die Entwickleroptionen sind dann ganz unten drunter dran geflanscht und ab sofort könnt ihr jetzt quasi darin auch werkeln und ich zeige euch mal zwei, drei Dinge, die da vielleicht relevant sein könnten. Als allererstes ist schon der erste Punkt, denn ihr könnt theoretisch die Uhr in eine Nachttischuhr verwandeln, sprich, das Display oder euer Watchface bleibt eingeschaltet, wenn ihr die Uhr ladet. Das kann interessant sein, wenn ihr zum Beispiel die Uhr direkt neben eurem Bett ladet, also sprich auf dem Nachttisch oder sowas und ihr habt keine eigentliche Nachttischuhr, dann könnt ihr die Uhr dafür verwenden, indem ihr das Display eingeschaltet lasst. Ich persönlich habe es noch nie gemacht, aber es ist quasi eine Möglichkeit, wie man das Ganze dafür verwenden kann. Dazu einfach den ersten Punkt aktivieren und schon kann es losgehen. Weiter geht es ein bisschen im Eingemachten und ich kann nur nochmal sagen, Entwickleroptionen sind für Entwickler da. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, dann solltet ihr die Finger davon lassen. ADB-Debugging bedeutet zum Beispiel, dass ihr via Sideload zusätzliche Apps auf die Uhr laden könnt, die nicht offiziell im Playstore verfügbar sind und wenn ihr an dieser Stelle nicht verstanden habt, was ich gesagt habe, dann müsst ihr es aus meiner Sicht schon direkt lassen. Lasst einfach die Finger davon, aber für die, die sich auskennen, ist natürlich klar, dass es darüber dann die Möglichkeit gibt. Grundsätzlich könnt ihr auch noch Akku sparen und halt auch Geschwindigkeit generieren, indem ihr die Animationen ausstellt. Die sind grundsätzlich ja beim Faktor 1 gesetzt, logisch, damit die Animationen laufen. Ihr könnt aber alle Animationen auch ausstellen. Das sorgt natürlich für ein etwas weniger smoothes Gefühl sozusagen, spart aber Akku und bringt euch quasi mehr Leistung. Ja, wer sich vielleicht schon mal gewundert hat, warum kann ich denn den Namen der Uhr nicht mal eben in meiner App oder beziehungsweise auf meinem Smartphone editieren? Oben drauf klicken, also in dem Fall auf den linken Namen, wo dort gerade steht, diese Uhr hat einen doofen Namen, drauf klicken, hilft gar nichts. Dazu müsst ihr einmal in Info zur Uhr und geht dann oben auf Umbenennen und könnt dann den Namen der Uhr auch entsprechend anpassen. Das war bei den alten, ist in den alten Generationen oder der alten Generationen der Wearable App noch anders gewesen. Jetzt funktioniert es über diesen Modus, also insofern da, wenn ihr die Uhr anders benennen wollt als Watch 7 von XYZ, dann einfach da reingehen und schon könnt ihr es umbenennen. Ja, als nächstes haben wir vielleicht weniger einen Tipp als vielmehr schon eine App-Vorstellung, denn es geht darum, dass ihr ja vom Grundsatz her auf der Uhr auch Dinge eingeben könnt. Nachrichten, ihr sucht was im Browser, ihr sucht was wie hier im Play Store. Da ist standardmäßig die Samsung-Tastatur vorinstalliert. Es gibt aber auch noch Alternativen dazu, wem das nämlich hier zum Beispiel nicht gefällt, die Art und Weise, wie die Tastatur aufgebaut ist oder auch wie man an die Zahlen kommt und so weiter und so fort, der hat die Möglichkeit Alternativen zu installieren. Eine davon, die ich persönlich auch nutze, ist Gboard, die Google-Tastatur, so wird sie zumindest im Play Store genannt. Hier lässt sie sich jetzt nicht aufrufen, ist aber nicht weiter tragisch. Ich habe sie schon installiert. Das liegt glaube ich einfach nur am Internet, dass das gerade schlecht ist. Also von daher ist das eine Alternative zur Samsung-Tastatur, die auch noch einige andere Funktionalitäten oder einige andere Darstellungen, muss man vielleicht fast schon eher sagen, mit sich bringt. Und ich zeige euch mal eben, wie man die umstellt. Ihr geht einfach in die Einstellungen rein, unter Allgemein und dann scrollen wir ein bisschen runter und haben den Punkt Eingabe und da können wir dann auch aus der Tastaturliste alternativ jetzt Gboard auswählen. Tun wir mal. Dann gibt es noch den Hinweis, dass die Tastatur jetzt eure Daten lesen kann. Das ist logisch, das gibt es auch auf dem Telefon, ist immer klar. Und jetzt gehen wir nochmal rein in den Play Store und suchen nochmal was und sehen dann, dass wir jetzt mit der neuen Tastatur hier anders eingeben können. Tasten sind etwas anders angeordnet. Mir persönlich gefällt, dass man oben relativ schnell zu den Zahlen und zur Spracheingabe kommt. Ihr könnt hier auch swipen, wenn ihr wollt. Also all das funktioniert mit Gboard. Insofern ist das durchaus eine Alternative, die mir persönlich besser gefällt beziehungsweise mit der ich es besser geschafft habe, auf der Uhr Dinge einzugeben als vielleicht mit der Samsung-Tastatur. Ja, damit sind wir auch durch mit den Tipps und Tricks in Anführungsstrichen, weil wirkliche Tipps und Tricks sind es nicht, denn wenn ihr euch ein bisschen mit der Uhr auskennt, kennt ihr das alles. Aber wenn ihr Einsteiger seid, ist es vielleicht nochmal ganz hilfreich zu wissen, was für Möglichkeiten man noch hat. Wenn ihr auch noch Tipps oder Tricks habt, die für die Uhr relevant sein könnten oder auch für alle relevant sein könnten, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr noch für geheime Tipps habt, die man noch nutzen kann. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus.